Hallo zusammen und willkommen. Wusstest du, dass Honig deinem Körper verschönern und sogar helfen kann? Hierfür bedarf es täglich lediglich 1 Löffel Honig. Selbstverständlich solltest du diesbezüglich zu einem naturreinen Produkt greifen. Was das Wundermittel explizit bewirkt, kannst du in unserem heutigen Video erfahren. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Schon bereits 1 einziger Löffel Honig pro Tag trägt dazu bei, dass du weniger Heißhungertacken auf Süßigkeiten verspürst. Somit kann dosiert eingesetzter Honig sogar zu Gewichtsverlust beitragen. Praktisch an diesem natürlichen Süßungsmittel ist vor allem, dass Honig weniger Kalorien enthält als gewöhnlicher Haushaltszucker. Infolgedessen können zusätzlich noch ein paar Kalorien eingespart werden. Da dank des Honigs die Gefahr vor Übergewicht verringert wird, schmälerst du ebenso die Bedrohung vor Folgeerkrankungen wie Gelenkbeschwerden oder Rückenschmerzen. Honig enthält etliche wichtige Antioxidantien, die den Blutzucker sinken lassen und die Arterien zum Weiden bringen. Somit kann dein Herz besser mit Blut versorgt werden. Dies ermöglicht, dass das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten verringert werden kann. Antioxidantien senken überdies die Gefahr vor einigen Krebserkrankungen. Zudem soll Honig das Immunsystem stärken, sodass du weniger anfällig für Erkältung bist. Dafür sorgen unter anderem Stoffe wie Eisen, Magnesium, Natrium und Calcium. Hinzukommend wirkt sich das Wundermittel positiv auf die Verdauung aus. Folglich wirst du von regelmäßigen Magendarmbeschwerden verschont. Dem Goldsaft wird ebenso eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Somit ist Honig die perfekte Lösung, wenn du unter Pickeln, Entzündung oder Neurodermitis leidest. Spar dir lieber das Geld für Anti-Mitesser-Produkte und setze auf den beliebten Superfood-Klassiker. Auch Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Herpesbläschen und Hämorrhoiden lassen sich mit Hilfe von Honig heilen. Dank der entgiftenden und antibakteriellen Wirkung fühlt sich deine Haut bereits nach wenigen Wochen reiner und frischer an. Für einen stärkeren Effekt kann der Honig ebenso als Maske aufgetragen werden. Honig spendet im Gegensatz zu Zucker schnell Energie. Bestmöglich solltest du also den Honig am Morgen einnehmen, sodass du von der Kraft des gesunden Nahrungsmittels den ganzen Tag über profitieren kannst. Somit bist du ideal für die Herausforderungen des Alltags gestärkt. Ebenso ratsam ist es, den Honig nach einem starken Kräfteverbrauch zu verzehren, damit du dich rasch wieder energiegeladen und gekräftigt fühlst. Doch nicht nur dein Körper wird dank des Wundermittels fitter, gleicherweise wird die Gehirnleistung angetrieben. Denn der Honig stimuliert die Gehirnzellen und senkt zugleich das Stresslevel. Viele kennen das Ritual vor dem Einschlafen eine heiße Milch mit Honig zu trinken. Kein Wunder, denn Honig gilt als echtes Heilmittel bei Einschlafstörungen. Schließlich wirkt der Goldsaft der Biene entspannt und beruhigend. Das kommt daher, da der Honig die Produktion von Orexin drosselt. Dieses Hormon gilt als wahrer Wachmacher des Gehirns. Darüber hinaus sorgt ein Löffel Honig dafür, dass dein Blutzuckerspiegel im Normalbereich bleibt. Somit kannst du ebenfalls einem nächtlichen Aufwachen entgegenwirken. Unser kurzes Fazit. Honig schmeckt nicht nur fantastisch, sondern hat überdies eine heilende Wirkung. Dabei wirkt das klebrige Süßungsmittel nicht nur bei äußeren Erkrankungen, sondern ebenfalls bei inneren. Zudem kann Honig hervorragend als Beauty-Wunderwaffe benutzt werden. Somit gilt das Lebensmittel als ein echter Allrounder. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.